hallo liebe zuschauern hört ihr das ja es ist nicht zu hören ja aber in ein paar stunden wird sich das komplett ändern da sind meine freunde hier und wir feiern ins nächste jahr was bestimmt besser wird also das jahre 2020 hat uns ja alle sehr gebeutelt ja in die nächsten tagen kommen noch einige filme von mir einmal bin ich mit piti eminam an der beach da zeigen wir euch das ich muss jetzt mal abgucken hier ja und dann noch ein film mit oma und da hatten wir wirklich die tränen in den augen das war fantastisch dann habe ich wieder ein kaffeetreffen gemacht mit mit dem ralf und dann geht es noch zu la mai beach und bangrak ist auch noch drauf ok bis zunächst tschüss